ÖSTEC ist die zuverlässige Adresse für Qualität, Mode und technisches Textil. ÖSTEC Textil Terbie Ache wurde in Tekirda Chorlu im Jahr 1995 mit dem Ziel gegründet, internationalen Service und Fertigungen nach globalen Standards zu bieten. Das Unternehmen entwickelt sich und produziert ununterbrochen in einer Fabrik mit einer Fläche von 170.000 Quadratmetern und gemeinsam mit mehr als 600 Mitarbeitern. ÖSTEC Textil Terbie Ache ist es gelungen, zwei verschiedene Marken wie Spectra, das mit seinen innovativen und technologischen Produkten im Bereich technischer Textilien hervortritt und Stampa, das Markenzeichen von Modetextilien, in derselben Produktionslinie zu kombinieren. Das Unternehmen hat seine Mission mit 5 Millionen Metern Stoff und einem Millionen Stück Produktionskapazität in seiner Fabrik, die mit modernsten Innovationssystemen ausgestattet ist, gekrönt. Mit seinem Institutionalisierungsverständnis schaffte ÖSTEC Textil Terbie Ache, eines der führenden Unternehmen der Türkei zu werden. Es hat seine Vision bewährt und setzt seine Entwicklung weltweit fort. Das Unternehmen, das seine Tätigkeiten mit den Marken Stampa für technisches Textil und Spectra für Modetextil fortsetzt, hat seine Produkte mit verschiedenen speziellen Produktionsbescheinigungen wie NATO-Sicherheitszertifikate genehmigen lassen und bewiesen, dass es in der Lage ist, in Ländern, die NATO-Mitglieder sind oder in anderen großen Ländern qualitative Arbeit anbieten kann und hat den Handel mit internationalen Geschäftspartnern somit gesichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ÖSTEC Textil Terbie Ache, das in verschiedenen internationalen Studien ausgezeichnet wurde und weltweit patentierte Produkte besitzt, führt in Forschungs- und Entwicklungslabors, in die in großem Maßstab investiert wurde und deren Studien sorgfältig gehandhabt werden, Temperatur- und Elektroleitfähigkeitstest, chemische, biologische und Festigkeitsprüfungen an speziellen Produktionsgeweben durch. Im Ballistik-Labor werden die Produkte gemäß EN und TSE-Normen getestet. Im Physik-Labor, das sich innerhalb den Produktionsstätten befindet, werden ICL-Pilling, Orbiter, Nertondel-Pilling und Abrieb, Provide-Explosionen, Titanbruch, Luftdurchlässigkeitstest durchgeführt, Im Physik-Labor, das sich innerhalb der Produkte gemäßt wird, Im Physik-Labor werden Farbstoff-Vorschriften für Musterherstellung und computergesteuerte Farbwegetests durchgeführt. Zwischen Kontrollen und abschließende Qualitätskontrollen werden sorgfältig durchgeführt. Öztek Textil Terribier Arché, das seine Produkte in 25 Länder einschließlich Amerika und Europa exportiert und sich mit seinem breiten Geschäftsnetzwerk hervortritt, ist nach wie vor die zuverlässige Adresse für Mode und technisches Textil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020